Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich Willkommen zurück bei Battlegrounds mit Moonboon plus Fanboons. Oh ja, auch heute befinden wir uns in der Kriegshymnenschlucht und haben wieder Fanboons dabei. Und zwar haben wir, wen haben wir denn dabei? Priestrix, a.k.a. ich glaube Mr. Han ist Priestrix, jawohl. Dann haben wir den Max dabei, a.k.a. Atlas, Parler. Und wir haben noch einen Parler dabei, ich vergesse immer den Namen, Felundia. Ein schöner Name eigentlich für einen Parler. Ja, also Fjord. Vivi musste uns leider verlassen aufgrund von Standbildproblemen irgendwie. Wenn auch ihr mal Battlegrounds mit Moonboon dabei sein wollt, schaut einfach sonntags gegen 14 Uhr auf meinen Twitch-TV-Channel. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung unter dem Video hier. Da wird immer gelivestreamt sonntags, habe ich vor, das in Zukunft so ein bisschen zu machen. Und ja, wir zocken StarCraft 2 vielleicht im Livestream. Wir zocken auf jeden Fall BGs. BGs werden jeden Sondergezockt. Und wenn es nur eine Stunde ist, schon die nächste Stunde StarCraft. Aber immer BGs. Von daher, schaut einfach mal rein, wenn ihr Bock habt. Das macht einen Haufen Spaß. Es gibt da so ein Chat neben dem Livestream, da kann man auch immer schreiben und so. Und es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr interaktiv. Es macht brutal Fun, mit den Fanboons da zu zocken. Von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Falls der Stream mal ausfällt oder sich nach hinten verschiebt oder so, folgt mir am besten im Facebook. Auch Moonboons World suchen bei Facebook, findet ihr ganz einfach. Oder den Link unten in der Beschreibung. Falls sich was ändert oder mein Stream ausfällt oder so. Was, meine Birne sieht aus wie... Nein, ich kann es nicht anklicken. Warum geht es nicht? Magdärionskopf, lol. Lol, lol, lol. Und wir haben wieder heute... Kriegsbär... Skelett-Pony kommt da auch wieder. Keine Angst. Keine Angst. Wenn die Leute eine Sache hassen, auf einem YouTube-Channel, dann ist Veränderung. Die Leute abonnieren einen Channel, um genau das zu sehen, was sie einmal gesehen haben. Das wollen sie immer wieder sehen, deshalb abonnieren sie den Channel. Natürlich wollen sie mal was Neues oder so, aber sie wollen auch Abwechslung. Aber... Gott, wenn ich das Skelett-Pony nicht benutzen würde... Ich glaube, dann würde ich erst mal 300 Abonnenten verlieren. Mindestens. Oh, ich wurde gesilenced. Und ge-irgendwas. Da muss ich natürlich raus. Ich brauche unbedingt das Eisblock-Makro. Das muss ich mir mal machen. Hey, holy moly. Willst du mich eigentlich ankacken, du blöder Mage, oder was? Komm du mal her und gib mir mal dein Hot gleich. Gib mir dein Hot. Kriege ich dein Hot? Was habe ich gekriegt? Irgendwas. Ey, what? Oh, das gibt's doch nicht. Da! Seht ihr es? Was ist mit Skelett-Pony? Moonboon? Oh, Breeze-Trix. I love you, bro. It'll be back, bro. Aber Kriegsbeer ist auch cool. Wie jetzt hier haben unsere Flagge? Ist das so ein schnelles Loose-BG, oder was? Das finde ich jetzt gar nicht gut. Ich habe immer noch besser wie ein langes Loose-BG. So, nice. Die Horde-Flagge läuft mitten auf dem Feld. Das ist ziemlich gut für uns. Wenn da nicht diese tausende Alis wären. Das ist ziemlich schlecht für uns. Aber wir sneaken uns mal hier hinten durch, während sie abgelenkt sind. Der Vektor. Was macht der Vektor? Was tut uns zu stun? Kommen wir hier durch? Haben wir schon Dots? Ja, wir haben schon Dots. Fuckin' Fuckshit. Dieser Fuck-Mage geht mir so auf die Nüsse. Ich bin cool. Ich spiele Frost wie jeder Noob. Komm her, Mage. Show me what you got, bro. Flamm schlagen mir. Oh, Breeze Dricks. Nice. Oh, Breeze Dricks geht down. Oh nein. Fuck. Breeze Dricks down. BG fail. Können gleich aufhören eigentlich. Wir müssen der Flamm drängen. Der ist nicht mal hier. Es ist einfach nur... Oh, er hält mich am Leben. Oh nein, Breeze Dricks. Er gab mein Leben. Er gab sein Leben für meinen Sohn. So danke ich ihm, indem ich fail. Okay. Brenners Vibe. Brenners Vibe. What the fuck? Nicht im Ernst. Brenners Vibe. Oh. Oh. Skelleb Pony. Di, 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 di. Okay. Ist die Flagge ge-deft? Ja, vier Leute. Ey, die Ali sind einfach überall. Das ist ja nicht normal. Breeze Dricks? Are you, are you, are you there, bro? Ja, ich glaube, er ist da. Mit Breeze Dricks zusammen. Naja, da kriegen wir locker die Flagge zurück. Ach, Max ist auch schon vorne. Jawohl. In your face, Flaggenträger. Bis jetzt verliert er noch kein Leben. Das heißt, es sieht gut aus. Komm, Breeze Dricks. Komm, komm, komm. Ist hier ein Buffer dicht? Ne, ist hier kein Buffer dicht. Geschwächte Seele. Hab ich ein Schild? Ja, wir haben ein Schild. Yes, haben sie es geschafft. Sie haben es echt geschafft. Get sad, Max. You're my hero. Ist er? Ich habe ihn gleich angewählt. Oh, oh. Da ist noch ein Shurky. Das lasse ich mir natürlich nicht hingehen. Komm her, Shurky. In your face. Oh, da beamt er sich weg. Das ist der Laserbeam-Shurky. Psst, psst, psst. Da ist bestimmt ein Runde gesprungen, der Basta. Da ist die Flagge. Wer nimmt sie? Nimmt Sandboot nicht. Ne, ich nehme die Flagge nicht. Das ist nur ein Pet. Go away, Pet. Ah, wie ich diese Viererei. Das ist mein fucking Bullshit. Komm, nimm dir die Flagge jetzt da oben. Ihr seid doch nicht ein Plattenträger. Max, oder so. Oh, habe ich jetzt wirklich gepoppt? Oh, ich bin so schlecht. Den brauche ich jetzt wegen einem ficken der Hexie hier. Nimm die Flagge, man, Bro. Flagge. Flagge. Nimm. Wer hat das, die Flagge? Auf jeden Fall keiner von Fanboons. Was macht er jetzt? Trinkt er noch oder was? Nein, er ist gesäbt. Oh, er ist gesäbt. Wir müssen aufpassen. Nimm doch das Ding, Bro. Nimm das Ding. Nimm das Ding, Bro. Oh. Na ja, Mann. Oh, 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 what? What? Oh, die haben hierro gepoppt. Das kann ich auch. Jetzt geht die epische Schlacht ab hier. Was bist du? Ich will dich nicht. Ich habe den Überblick verloren. Wo ist die feindliche Flagge da hinten? Feindliche Flagge. Nein, ich bin geslaut. Ne, bin ich nicht. Komm schon, sitz auf. Komm schon. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich habe zwar keine CDs mehr. Oh nein, das ist der beschissene Frostmage. Mit dir habe ich eh noch eine Rechnung offen, Bro. Komm sofort hierher. Sofort. Schieb in your face. Wie lange hält das Silence noch? Er hat einfach... Kann ich mich da rausblinken? Ja, kann ich. Ich muss mein Schild erneuern. Schild. Und jetzt nuken. Kann ich ihn nuken? Ja, ich habe ihn noch im Visier. Nuke ihn weg, Bro. Ja, er wird geschleudert. Oh nein, ich muss ihn auch mal unterbrechen. Komm schon. Cast, cast, cast. Schild. Kugel. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Instant Arkan-Schlag. Stun. Ich habe einen Stun. Nein, das ist meine Rettung. Wo ist er hin? Stun. Jetzt stirb. Bitte. Schild. Instant Arkan-Schlag. Instant. Ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann ihn nicht benutzen. Warum? So knapp ist da noch jemand dran. Nein, warum ist da keiner mehr dran? Der kann nix. Wenn ich so lang gegen ihn ausgehalten habe. Der kann nix. Warum ist da niemand? Fuck. Oh, da kommt wieder... Fuck. Ali. Oh, der kämpft. Okay, das nimmt sich aus. Mage. Mage. Wir haben immer noch eine Rechnung offen. Kriegst du das hin? Ah, Bro. Sis. Tag doch nicht irgendwo im Gegend rum. Echt. Das ist was Unnötiges. Halt mal. Wo ist er? What? Nein! Oh Gott, nein. Das gibt's doch wohl nicht. Bis die da sind. Soll ich jetzt wirklich die Flagge nehmen? Das ist schon ein bisschen unnötig, oder? Ich hasse es, wenn ich die Flagge habe. So viel Verantwortung. Fuck. Ich hasse Verantwortung. Uh, nimm's doch. Hier kommt Sunboot. Ich will aufsitzen. Ich darf nicht. Ey, ich habe eure Flagge nicht. Reit weiter, Bros. Sis. Ich habe sie nicht. Geh weg. Oh, da kommt was auf mich zu. Du wirst erst mal ausgeschaltet. Und dann blinge ich erst mal weg. Und dann beschützt du mich erst mal. Yes. So macht man das, Bros. Sis. Da drüben ist die feindliche Flagge. Huh. 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 Ich mache das schon. Ich mache das. Ich habe das im Griff. Kommt. In den Buff. Okay. Ey, ist das schon wieder dieser Ficker. Nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst. Gehe ich hoch. Ja, ich gehe hoch. Flammenkugel macht Schaden. Aber er lebt immer noch. Ich habe ihn im Target. Das ist ein verfluchter Basta, dieser Mage. Das ist unglaublich. Unglaublich. Warte ich hier schon einen Shurker auf mich? Oh, ne. Da ist ein Hexy-Dämonen-Ding. Nice. Ah. Brauche ich irgendwas? In-Buffs. Schild erneuern. Langsam fallen. Die anderen sind unten. Das ist nicht gut. Du schon wieder, Fro. Oh, oh, oh. Ich habe nichts, um mich rauszuholen. Aber ich habe meinen Zeh noch. Komm her. Zeh in your face, Mage. Zeh in your face. Oh, wie er genugt wird. Wie er genugt wird. Ist er down? Das ist wahrscheinlich du hier. Da ist mein Zeh in your face. Habe ich noch ein Instance? Ja, habe ich. Ich nehme mal die Flagge der anderen im Auge behalten. Nicht, dass die irgendwie abgeben oder so. Und ich hier oben rumloop. Mana. Also der ist auf jeden Fall nice. Ich glaube, damit können wir einiges aushalten hier. Was habe ich hier? Zwei Healer? Oder was? Krass. Scheiße, Mann, Bros. Erstmal nachgepufft. Wie schaut's da? Oh ja, Gesundheitsstein. Nom, 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 nom. Oh. Oh. Du, du. Oh, Frostkreis. Weg. Ich habe auch noch einen Frostkreis, Bro. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich bin so halb gestunnt irgendwie. Komm schon. Arka-Anschlag. 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 Arka-Anschlag in your face. Arka-Anschlag. Arka-Anschlag. Gar nichts anderes außer Arka-Anschlag. Nein, das war Priestrix. Und ich blicke mich direkt raus. Okay, jetzt brauchen wir alle Defensiv-Cool-Lounds, die ich auftreiben kann. Das wäre... Warum kann ich schon wieder nichts tun ohne Witz? Das ist doch bescheuert. Das ist wieder einer weniger. Stunning your face. Sauberraub. Vielleicht kriege ich was Gutes. Schau, wieder der. Jetzt? Du überlebst. Das ist nicht gut. Ich habe keinen Mana mehr. Komm schon, Kekse. Komm schon, Kekse. Kekse dauerklicken. Jetzt habe ich mir immer noch keinen Gesundheitsstein nehmen können, wegen diesen Fick-Aleys. So, jetzt aber. Gesundheitstein activated. Macht dort Schild. Yes. Wie sa... Wie sa... Wie sauts aus? Mit der anderen Flagge. Nicht gut, ja. Wahrscheinlich dürfen dort genauso viele. Was bist du? Strangor. Komm her, Strangor. Oh, jetzt hat er so ein Ding an. Kann ich nichts machen. Bleib mal stehen, Parla. So lange switche ich auf dich. Ich habe wieder mein Ding... Wingsbringes hier ready. Vektor. Kann nix tun. Kann nix tun. Kann nix tun. Ich kann nix... Oh, fuck. Fucking fuck shit. Fuck. Ich konnte nichts tun. Nicht mal der Eisblock gehen. Ohne Witz. Verkackte Kacke. Naja, wenigstens ist dann endlich bald vorbei. Wie lange geht das BG schon? Ich glaube, eine Stunde. Eine Stunde und 20 Minuten. Aber auf jeden Fall nice gedefft. Nice. Number one. Kein Vorwurf. Priestrix. Das war super. Wir haben drei Angriffswellen überlebt. Nicht schlecht. So, aber diesmal... Oh nein. In your face, asshole. Oh, oh. Oh nein. Oh, Eisblock-Makro, Mann. Ich brauche dich jetzt unbedingt. Ja, fiel mich mal weg. Der dobbelt mich aber auch nicht, oder so? Bist du einfach ein fauler Diszi? Oder was bist du? Oh, mehr, Bro. Kann schlagen. Kann schlagen. Kann schlagen. Oh, diese blöde Sukubus. Jetzt kommt... Wo ist die Flagge? Wahrscheinlich die Flagge? Oh Gott, willst du mich verarschen? Ich muss hier weg. Verfehlen? Are you fucking kidding me? Ich kann doch nicht einfach verfehlen. Weg da von ihm, Bros. Oh, nee. Kann ich die Flagge noch nehmen? Schon zu spät. Ja, dann gebt halt ab. Komm, macht euer BG fertig. Ihr seid die Allianz. Ihr seid cool. Ihr habt es auf jeden Fall verdient. Nerd-Rage. Ey, was ist das? Das habt ihr nie gesehen. Ach, das war... Oh nein. Das hat nicht geklappt. Fucking hell. Ah, ich klebe an ihn. Und jetzt nehme ich den Gesundheitsstein. Stunning your face! Oh, oh, oh. Dodo in my face. Ich mag deine Dodo. Vielleicht ist was in dem Haus. Ins Haus, ins Haus! Was habe ich gekriegt? Rage! Habe ich Rage gekriegt? Oh, ich kann eh nix machen. Wir sind zufrieden. Block! Was macht er jetzt, ne? Was macht er jetzt? Ich werde noch geheimt. Von Pulsbricks irgendwoher. Ich glaube, er wird gerade komplett überrannt hier. Und ich mache nichts. Das ist nicht meine Absicht. Aber ich kann einfach nichts tun. Ich bin nur ein Vier und ein Stunning. Ein enges Scheiß. Komm schon jetzt! Was ist da, Kinder? Können wir nicht einfach schnell verlieren, bitte? Das ist ja peinlich. P-E-I-N-L-I-C-H-A. Peinlich. Außerdem geht's ewig. Was ist eigentlich los? Fucking hell. Nächster fokussierender Angriff. Wie viel haben wir denn? Ja, die Fahne. Oh, Atlas hat die Fahne. Atlas, go! Where are you, bro? Da ist er. Sieht nicht gut aus für ihn. Da hilft nur eins. Skelett-Pony! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Wo ist er denn? Ja, er ist oben, oder? Es wird hier nicht rumgezergt mit irgendwelchen Dekars. Wir müssen unseren Atlas treffen. Ohne den Atlas sind wir hilflos. Wir wissen nicht, wo Amerika liegt. Indien, Afrika oder der Südpol. Wir brauchen immer einen Atlas. Jede Schule hat einen Atlas. Ja, Vektor, damit hast du nicht gerechnet, dass der Moonburn auf einmal von hinten dich Arkan schlägt, ne? Oh, hier sind ja einige mehr. Ich glaube, die können mich hier gut gebrauchen. Komm mal her, Bro. Oh, da haben sie das auch nicht. Ich mach Sühne. Hey, wieso kann ich... Stunning-of-Face verbinden der Heilung. Jetzt wird gebashed. Bleib doch stehen, wenn ich nicht bashen kann. Herrgott, nochmal. Ja, klar. Was haben die noch dabei? In jedem Fall, oder was? Geck. Oh, und Stun haben wir ja auch noch. Das geht auch noch in der Base. Nochmal Stun. Und dann geht er down. Endlich ist er weg. Und... Not Rage. Gezündet. Jetzt geht er schon mit dem Mage auf und sagt. Er geht mir immer zum Aufrufen. Bam. He-Man. Als nächstes Vektor. Oh, ich bin oben. Scheiße. Ich bin oben. Oh, nein. Ich hab zu viel gepasht. Vektor. Ruhig du Vektor. Oh, nein. Atlas geht down. Flagge grabben. Haben sie sie? Ja, eigentlich hat sie gemacht. Jetzt kommt wieder so ein Scheiß-Hexi hierher und fiert uns alle. Oh, 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 oh. I'm on the edge. Nee, nee. Stun, Bro. Oh, nee. Haben sie ihn getötet? Nein, wir haben abgegeben. Oder? Haben wir abgegeben? Ich weiß gar nicht mehr, wie es stand. Ich bin schon so verwirrt. In meinem Buhenhirn. Nicht hochheilen. Was machst du da hinten? Bleib doch mal da, Mann. Ja, der holt bestimmt die Flagge, oder? Erstmal Kekse. Erstmal Torte. Das ging mir hier zu viel ab. Holy moly. Allerdings. Holy moly. Jetzt Achtung, gleich grabt der Dooley die Flagge da unten. Ich weiß es. Ich weiß es genau. Wie wäre es, wenn wir einfach die Fahne deffen? Und die anderen holen die, holen unsere. Ja, genau. Jetzt deffen. Geh da oben. Geh da oben. Gott, was ist denn? Das ist mein Riesenbär. Geh in den Zoo zurück, Mann. Wo sie dich ausgegraben haben. Jetzt komm mal mit der blöde Dekar hierher. Bleib mal stehen, Bro. Jetzt wollen sie mich schon wieder verarschen. Oh nein, es ist schon wieder der Priester da. Eisblock, eine Sekunde. Jetzt haben sie fucking Fahne. Man kann schmassen, Wispel. Wenn ich dich schiebe, Bro. Was kann ich noch tun? Ich kann ihn nur schieben. Was anders bleibt mir nicht übrig. Und jetzt Newton. Wenn er sich Heel unterbrechen. Blink. Oh, fuck you, Dudu. Ohne Witz. Bleib hier, Bro. Du kannst nicht einfach gehen. Oh nein, jetzt bin ich machtlos. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich muss hier nochmal schieben. Nur noch einmal. Komm, noch einmal blinken und fosen und schieben. Schieb in your face. Ey, wollt ihr mich verarschen? Wie viele, wie viele? Wir sind wieder 10.000. Ich hab keinen Marder mehr. Und ich hab keine Steine mehr. Und ich hab überhaupt nix mehr. Oh, ich geh down. Ich weiß es jetzt schon. Kann ich noch hier rutschenden für die anderen, bitte? Für die anderen. Nein. Oh Gott. Einer muss holen. Oh Gott, die andere ist auch noch ganz oben. Das wird nie was. Sorry, Vivien. Nein. Das ist das Letzte. Skelett-Pony-Power brauchen wir jetzt. Wir müssen noch die Fahne holen. Jupp. Die stelle ich hoch. Aber ich kann jetzt grad nicht schreiben. Wir müssen die Fahne holen. Fahne. 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 Oh, Moonboon. Du reitsch auch wieder genau durch die... Oh nein, oder? Fucking Bullshit. Nix zu machen. Aber wir haben hart gekämpft. Hart gekämpft haben wir. Hart gekämpft. Immer noch besser als so ein schnelles Lost-BG. Das hat wenigstens Spaß gemacht hier. Also. Ich klatsch. Ihr könnt's nicht sehen. Egal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Denkt an den Livestream. Sonntags. Facebook. Links. Und alles in der Beschreibung. Bewertet dieses Video. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon. Und ich bin raus. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.